Ich möchte euch einen Shop vorstellen. Der Name vom Shop lautet Die haben mir zwei Pullis zugeschickt und ich habe mich mega gefreut. Zum einen diesen hier. Ich habe schon voll lange nach so einem Pulli gesucht mit so Bäumen im Raum, aber ich habe nie einen gefunden. Dann habe ich den gesehen und ich habe einfach gefragt, ob ich so einen Ding hier haben kann. Und ich liebe diesen Pulli. Der ist voll die geile Qualität und alles. Also, ich ziehe die nachher mal an, dass ihr seht wie die sind. Und das ist Größe M und ist eigentlich für eine M ziemlich groß meiner Meinung nach. Und ja, dann habe ich hier noch einen Mitzi Pullover. Der Sorry I Can't Care steht noch oben. Und den fand ich also sowieso ur-goldig. Da dachte ich mir, den brauche ich auch und habe einfach gefragt, ob ich ihn haben kann. Und das ist auch. Wahrscheinlich könnt ihr das jetzt nicht so gut sehen, weil ich immer noch mit meiner Digitalkamera filmen muss. Aber 5M. Und ja. Wir schauen uns jetzt mal zusammen. Gemeinsam. Die Seite. Also von dem Schock. Ich komme jetzt einfach mal zu. Und die Kamera. So, das wäre die Seite. Also von der Ansicht eben. Klicken wir mal gleich hier. New Stuff. Und da sind eben die ganzen Pullis. Deckhead. Also die Pullis kosten so 59 Euro. Den finde ich auch ganz super hier. Vielleicht bekomme ich ja noch einen, dann hätte ich den voll gerne. Ja, hier ist dieser Pulli, den ich eben bekommen habe. Roar. Katy Perry-like. Was für Katy Perry-Fans. Ja. Den hier fand ich auch noch ziemlich. Also das T-Shirt hier. Gefällt mir noch voll. Oder das hier. Ja, und die haben wirklich viele Sachen. Ähm. Wie man eben auch hier so ein bisschen sehen kann. Auch Handtücher. Sind jetzt Socken. Also sind die neuen Sachen. Bördeanzug. Und ja. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ich packe euch die Links in die Beschreibung. Eben auch zur Facebook-Seite und Instagram. Und ja. Tanktops gibt es auch. Das hier ist voll toll. Bambi. Oh. Das hier ist auch ziemlich geil. Das hier. Ja. Shorts. Uh. Dichte meine Akku mal lang. Ja. Hier Leggings haben sie auf. Und ja. Und ja. Auf noch. Ah. Auf noch. Bags. Mal gucken. Oh. Nichts drin. Ha. Gucken wir uns mal die Socken an. Würde mich jetzt auch interessieren. Oh. Oh. Die gibt's nicht mehr. Die sind auch geil. Die haben ein Panda. Ha. Mit den. Aber ich kann meine die nicht mehr haben. Ne. Aber ihr müsst unbedingt mal reinschauen. Weil die haben wirklich mega geile Sorten. Äh. T-Shirts. Und. Ich wollte das haben. Das hier auch. Und das auch. Oh. Voll toll. Ich hab wieder nicht bei den Pullis gekommen. So. Also ihr habt ja. Hier ist schon so ein kleiner Einblick am Handy gekommen. Und. Ja. Ich pack euch wie gesagt die Links in die Beschreibung. Also die Infobox. Ebenfalls die Seite zu deren. Ihrer Facebookseite. Und. Instagram haben wir auch. Hab ich gesehen. Vielleicht haben sie ja auch noch Twitter. Muss ich mal gucken. Ich pack euch einfach alles in die Infobox. Genauso wie den Link eben zum Shop. Und. Ja. Das war's eigentlich. Guckt euch vorbei. Ich finde die Preise eigentlich auch. fair. Es ist wirklich eine mega gute Qualität. Fühlen sich auch richtig geil an. Wenn man die trägt. Und. Ja. Jetzt könnt ihr die dann mal sehen. Wie die Arme aussehen. Wenn ich trage wie die fall. Blablabla. Dann bis zum nächsten Video. Und. Ja. Ciao. Gebt mir vielleicht ein Like. Wenn ihr wollt. Und einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr solche. Ähm. Shop Vorstellungen haben wollt. Oder allgemein. So. Haul Videos. Wenn ihr mehr solche. Haben wollt. Ich hab ganz viele neue Sachen. Und. Vergesst nicht mich zu abonnieren. Was das nicht getan haben. Ciao. Iiii. Ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.